Im heutigen Teil über Erkrankungen von Lunge- und Atemwegen möchte ich gerne für meine Therapeuten etwas näher auf das Thema Asthma und TCM eingehen. Und für alle anderen unter euch möchte ich euch zeigen, dass wir tatsächlich unter gewissen Umständen unsere Lunge gesund essen können. Es gibt nämlich tatsächlich auch in der Lunge ein Mikrobiom. Das hättet ihr jetzt gar nicht von mir erwartet, dass ich auch da wieder euch etwas zum Thema Mikrobiom näher bringen werde. Schauen wir uns hier ein paar spannende Publikationen an. Hier ganz ein toller Artikel, wie immer mit QR-Code zum Scannen. Gesunde Ernährung stärkt Mikroorganismen der Lunge. Ja, ihr habt richtig gelesen und seht das auch korrekt. Wir haben Mikroorganismen, die bei uns in den Atemwegen wohnen. Das nennen wir auch unser Mikrobiom. Wir haben das Mikrobiom nicht nur auf unserer Haut, sondern auch in allen Schleimhäuten im Darm, aber natürlich auch in der Lunge. Und in den letzten Jahren rücken die anderen Mikrobiota sehr in das Zentrum der Forschung. Und wir stellen fest, dass wir überall auf Häuten und Schleimhäuten eigene Mikrobiompopulationen haben. Und insbesondere in Lunge- und Atemwegen eben ein spezielles Lungenmikrobiom. Was macht jetzt das Lungenmikrobiom? Das sind gesunde Keime, die Teil unseres Immunsystems sind und die uns vor Eindringlingen schützen und in der Lunge für ein Gleichgewicht sorgen, dass eben hier protektive und aggressive Faktoren sich die Waage halten und das Immunsystem so reagiert, dass es eben nur gegen schädliche Eindringlinge wirken kann, aber dass es nicht zu autoimmunologischen oder allergischen Reaktionen kommen kann. Wir wissen, dass das Mikrobiom der Lunge sehr eng mit dem Darmmikrobiom zusammenhängt. Und wir sprechen auch von der Darm-Lungenachse. Und das ist ein Konzept, das wir schon seit vielen Jahrtausenden aus der TCM kennen, nämlich dass Lunge und Dickdarm sehr eng miteinander zusammenhängen. Schauen wir uns hier an, das Mikrobiom und das allergische Asthma hier vom Allergie-Informationsdienst.de, auch hier wieder mit Link dabei. Man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass die Darmflora, wenn die sich verändert, hier ein erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen besteht. Insbesondere kann man bei Säuglingen schon nachweisen, eine eigene mikrobielle Veränderung, die mit einem sehr hohen Risiko für ein Asthma vergesellschaftet ist. Asthma gehört ja zur klassischen Atopie, also zur atopischen Trias. Zu dem Krankheitskomplex der Atopie zählen Allergien. Allergien sind zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Neurodermitis und später dann natürlich auch das Asthma. Und ihr seht es hier, je nachdem, wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist, sehen wir hier auch verschiedene Bakteriengattungen, die überwuchern und die mit einer erhöhten oder niedrigen Entzündungsreizschwelle verbunden sind. Kann man jetzt Probiotika nehmen, um Atemwegserkrankungen vorzubeugen? Naja, wir wissen, dass ein verändertes Mikrobiom mit einem erhöhten Risiko einhergeht, ein Asthma zu entwickeln. Im Bereich des Darmes neigen Patienten mit einer Dysbiose zum Beispiel zu den klassischen entzündlichen Darmerkrankungen, das wäre der Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa. Hier wissen wir, dass inzwischen verschiedene Probiotika helfen. Bei der Lunge hat man noch nichts Eindeutiges gefunden, aber man hat gesehen, dass eine gesunde, ausgewogene, entzündungshemmende Ernährung, wenn man das einige Monate durchhält, sich hier durchaus sehr günstig auf das Lungenmikrobiom auswirkt und dadurch einfach die Neigung zu Entzündungen in der Lunge sinkt. Das heißt, auch die Intensität von Asthmaanfällen abnimmt. Asthma geht ja sehr häufig auch mit Übergewicht einher, Bewegungsmangel ist auch mit einem stärkeren Asthma vergesellschaftet, als wie bei Patienten mit Normgewicht, die sich auch regelmäßig bewegen. Hier sieht man, dass es spezielle Keime gibt, die zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren produzieren und diese Fettsäuren, die Buttersäure insbesondere, sorgen dafür, dass Patienten viel seltener Asthma bekommen. Wichtig ist zu wissen, wie bekommt denn ein gesundes Kind ein gesundes Mikrobiom? Naja, das Mikrobiom bekommen wir von unseren Eltern erstens einmal durch einen natürlichen Geburtsvorgang und dann in zweiter Linie natürlich über das Stillen und dann in dritter Linie über eine gesunde und ausgewogene Ernährung und natürlich auch über den Kontakt zu anderen Lebewesen mit einer natürlichen Interaktion mit der Umwelt. Und wenn wir uns diese vier Faktoren vor Augen führen, dann ist es natürlich klar, dass wir in der heutigen Zeit ein höheres Risiko haben für allergische Erkrankungen, für asthmatische Erkrankungen, weil eben leider sehr viele Kinder durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen oder nicht gestillt werden können oder vielleicht nicht die optimale Ernährung in der Kindheit bekommen und leider auch keine ausreichende immunologische Auseinandersetzung mit der Umwelt haben. Es gibt immer wieder Studien bei Kindern, die auf Bauernhöfen leben. Das habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Es gibt ein eigenes Bauernhof im Mikrobiom. Kinder, die unter sehr natürlichen Bedingungen aufwachsen, haben ein reduziertes Risiko für Allergien und asthmatische Erkrankungen. Das heißt, hier wird natürlich in diese Richtung geforscht, was man hier für Kinder tun kann, dass das Mikrobiom möglichst ausgewogen bleibt, damit eben hier das Risiko für schwere Erkrankungen gesenkt wird. Das ist eine ganz fantastische Publikation, die ich all meinen Therapeuten ans Herz legen möchte, insbesondere wenn ihr mit der TCM arbeitet oder mit der APM. Hier unten ein Link und hier der QR-Code. Und zwar die Zusammenhänge mit der TCM, Allergien, Mikrobiom und epigenetischen Faktoren. Und aus der TCM kennen wir ja den Zusammenhang zwischen Lunge, Dickdarm und Haut. Wir sehen das auch in der westlichen Medizin immer wieder. Wir erkennen Darmerkrankungen am Hautbild und sehr viele Darmerkrankungen schlagen sich auch in der Lunge nieder. Das heißt, durch ein gestörtes Mikrobiom im Darm haben wir sowohl Veränderungen an der Haut, hier wäre die klassische Ausprägung, die Neurodermitis und in Bezug jetzt auf die Lunge wäre es hier das allergische Asthma. Und wenn wir diesen Symptomenkomplex zusammenziehen, dann haben wir die klassische atopische Trias, nämlich eben die ursprüngliche mikrobielle Verstellung im Darm, die sich durch einen Neurodermitis an der Haut zeigt und durch ein allergisches Asthma in der Lunge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachlesen dieses wirklich fantastischen Artikels und hoffe, dass ich euch da ein bisschen einen therapeutischen Input geben kann. Das heißt, wir könnten hier bei Asthma-Patienten, bei Neurodermitis-Patienten einfach zum Beispiel den Dickdarm als Hintergrundzone mitbehandeln oder vielleicht einfach hier bei Asthma-Patienten die Lungen-Dickdarm-Meridiane bevorzugt mitbehandeln.